One Piece Kapitel 923 hat den Titel Yonko Kaido gegen Ruffy. Auf der Coverpage sehen wir Ace Sabo und Ruffy und wie sie ihren Käfer und Zuschauer die sie gesammelt haben, wie sie gegeneinander kämpfen. Und jetzt gehts los mit dem Kapitel. Ruffy schlug im letzten Kapitel Kaido. Jetzt sehen wir, dass der Berg auf dem Schloss Oden völlig zerstört ist. Ruffy sieht die am Boden liegende Speed und diese erzählt ihm, dass Kaido auf sie traf. Speed konnte Otama nicht beschützen. Wir sehen in einem Panel nur noch Otamas Arm, den zerstörten Apfel und eine Menge Blut. Vermutlich ist Otama tot. Ruffy rastet daraufhin aus und ruft Kaido zu sich. Kaido lädt wieder seinen Feueratem auf, doch Ruffy weicht ihm aus und haut Kaido mit einer Elephant Gatling. Kaido fällt zu Boden und verwandelt sich in seine Menschenform wieder. Ruffy haut sein Gear 4 rein und greift Kaido mit der Kong Orgel an. Doch Kaido steht einfach auf und schlägt ihm mit seiner Keule zu Boden. Ruffy liegt bewusstlos und blutend da. Ist dies nun Ruffys Ende, wird auch er gefangen genommen. Kaidos Keule hatte nebenbei schwarze Blitze um sich, sieht aus als wäre Haki im Spiel. Was haltet ihr von diesem Kapitel? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Sorry ich habe gerade nicht mehr allzu viel Zeit bevor ich arbeiten muss, deswegen ist das ganze Video jetzt gerade ein bisschen im Schnelldurchlauf ausgenommen. Haut rein! Ciao!